Moin Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Nicht-Erweisheit-Letzter-Schluss. Dieses Mal geht es darum, wie ihr den Dateiauswahl-Dialog bzw. den Dateispeicher-Dialog optimieren könnt, der in vielen Programmen verwendet wird. Der basiert auf GTK und ist eigentlich aus der Gnome-Welt, aber in Programmen, die darauf zugreifen, ist er denn auch auf anderen Desktops zu Hause. Ja, und der hat so ein paar Design-Eigenschaften, die ihn bei den einen sehr beliebt machen und bei den anderen eher nicht so beliebt machen und zu letzterer Kategorie gehöre ich. Schauen wir uns vielleicht erst mal an, was ich überhaupt dabei meine. Ich habe hier so ein Linux Mint mit Mate Desktop. Und wenn ich jetzt mal den, wie heißt das Ding, Dokumentenbetrachter, so heißt das Ding hier, das ist letztendlich eine Winz, was dahinter steckt, bloß, ja, das heißt anders. Oder in X-Reader, das ist alles irgendwie so dasselbe. So, und den Dialog, den ich meine, ist das hier. Und ja, also mir fehlt ja erst mal schon so eine Möglichkeit, dass ich mal einen Pfad eingeben kann. Also dieses Dings hier zum Längshangeln, naja gut, das könnte eine zusätzliche Option sein. Aber man hat erst mal nichts, um was eingeben zu können. Gibt die Möglichkeit, STG und L zu drücken, dann ist diese Bar, diese Pfadauswahlangabe, die ist weg, wird hierdurch ersetzt. Naja gut, also hätte man auch beide stehen lassen können, aber gut, ist ein Design-Dings. Und da kann ich jetzt tippen und mir was aussuchen. Ja, also so ungefähr funktioniert es. Und jetzt ist das wieder da, jetzt ist das andere verschwunden. Also, man kann das Ganze jetzt so ein bisschen umkonfigurieren. Also man sieht hier, also ich habe jetzt mal rechts geklickt, ich kann jetzt sagen, verborgene Dateien anzeigen. Und hier Größen und Typ anzeigen in den Spalten hier, okay, gut, Zeit anzeigen. Und das ist es dann auch. Aber es gibt im Hintergrund noch weitere Konfigurationsoptionen, die ich überhaupt nicht sehen kann. Dahinter steckt die D-Conf, dazu habe ich mal was vorbereitet. D-Conf ist so ein Konfigurationssystem von GNOME 3, beziehungsweise das Konfigurationssystem, wo Schlüssel- und Wertpaare abgelegt werden in so einer Art verzeihende Struktur. Das ist so ähnlich wie die Registry-Datenbank unter Windows oder die Depcon von Debian, also wo Debian-Pakete Werte eintragen können und beim Konfigurieren, dann werden die wieder ausgelesen und dann werden die in Konfigurationsdateien verwurstet oder sonst irgendwas. Also letztendlich eine kleine Datenbank ist das für die Konfiguration von Anwendungen, die normalerweise unter GNOME 3 zu Hause sind. Es gibt einmal Benutzereinstellungen, also die man auch selbst durch das Benutzen von den Programmen mehr oder weniger offensichtlich verändert. Und das landet dann hier drunter, also im eigenen Verzeihnis, Home, .config, D-Conf und User. Ja, aber wie wir gesehen haben, man sieht nicht wirklich viel oder viel mehr, man hat nicht wirklich Möglichkeiten, um da was einzustellen. Dafür gibt es zwei Varianten. Es gibt einmal D-Conf-CLI, Kommandozeilen-Werkzeug, beziehungsweise Command-Line-Interface für D-Conf. Und es gibt das Ganze auch nochmal grafisch. Das ist denn D-Conf-Editor. Kann man unter Debian Ubuntu Linux Mint so nachinstallieren, unter anderem Linux-Distributionen entsprechend. Vielleicht heißen die Pakete ein bisschen anders, aber prinzipiell sollte es irgendein Paket, beziehungsweise eine Möglichkeit geben, um diese zwei Programme aufzurufen und nachzuinstallieren. Dann nochmal zurück zu meinem Linux Mint. Neue Shell aufmachen, sudo-i, blind tippen. So, einmal so und D-Conf-Editor. So, gleich beides mal mitinstallieren. D-Conf-CLI, das Paket wäre schon da gewesen, aber der D-Conf-Editor, der war noch nicht da. Wenn man jetzt hier den mal startet, ich mache das jetzt wieder mit meinen normalen Benutzerrechten. Mein Benutzer heißt der Test, D-Conf-Editor. Dann kommt erst mal eine Warnung. Ja, ich kann damit Dinge kaputt machen. Ja, will ich jetzt nicht nochmal sehen. Ich werde vorsichtig sein. Ganz genau. Und bevor ich irgendwas gemacht habe, hat sich da schon wieder was geändert. Also, irgendein Programm hat in die D-Conf was reingeschrieben. Und jetzt kann ich hier sagen, neu laden. So. Und das Ganze kommt sehr rudimentär, wie man es auch von GNOME so kennt, einem entgegen. Dazu habe ich natürlich auch was vorbereitet, damit ich das nicht nachschlagen muss. Also, unter Schrägstrich, Org, Getica, Settings, FileChooser, Schrägstrich. Darunter haben wir verschiedene Konfigurationswerte. Man kann da ein Location Mode einstellen. Also, File Name Entry. Das ist das, was ich sehe, wenn ich STG und L drücke. Oder Standard ist dieses Path Bar. Also, dieses Klötzchen-Dings, wo die verschiedenen Fahrteile drin sind. Wo ich mich denn längs hangeln kann. Das geht leider nicht. Beides gleichzeitig, wie wir es schon gesehen haben. Dann hier mit Show Hidden, ob ich verborgene Dateien anzeigen möchte. Das habe ich zwar jetzt in dem Dialog angekotzt, dass ich es haben möchte. Aber ob es jetzt auch wirklich permanent in dieser Datenbank drin bleibt, kommt darauf an. Also, ich habe damit die verschiedensten Erfahrungen gemacht, dass diese Werte einfach sofort wieder weg sind. Und ich weiß nicht, warum. Dann haben wir noch Startup Mode. Da gibt es zwei verschiedene Modi. Je nachdem, unter welchem Desktop oder Distribution ich mich befinde, ist es auch wiederum anders. Also, es gibt CWD für Current Work Directory. Und dann gibt es auch Recent. Das ist so eine Liste mit den zuletzt benutzten Dateien. Und da kann ich mir was aussuchen. Und ja, also entweder das eine oder das andere. Und dieses Recent... Also, ich versuche hier immer zu überlegen, wofür das jetzt gut sein soll. Den einzigen Anwendungsfall, für den es Recent ist, ich lade auf zwei verschiedene Kanäle. Also, meinen Kanal gibt es ja bei YouTube und bei Peertube. Und dann lade ich zweimal dieselbe Datei hoch. Also, das ist der einzige Anwendungsfall, der mir so eingefallen ist, wo ich dieses zuletzt benutzte Dateien überhaupt brauchen kann. Weil normalerweise habe ich sowas eigentlich nicht. Ja, genau. Und mein Spoiler dabei ist, ja, man kann da mal was eintragen, aber beim nächsten Mal so einen Dialog öffnen, dann ist es doch wieder weg. Mal gucken, ob das hier auch so ist. Es ist wirklich bei dem einen Desktop so, bei der einen Distribution, bei der anderen ist es viel anders. Mal gucken, wie es jetzt hier ist. Und dann wollte ich zu Org, GTK, schon getroffen, ohne es zu wissen, und FileChooser. Da haben wir hier ShowHidden. Das ist sogar da geblieben. Und wenn ich jetzt hier drauf gehe, dann kann ich Vorgabewert verwenden. Das ist im Moment aus. Und so. Jetzt sage ich Anwenden. Mal gucken. Oh, vielleicht klappt es hier sogar. Das wäre natürlich was. Achso, genau. Ja, und jetzt ist es wieder weg. Also die Werte, die ich hier eintrage, die werden durch den Dialog wieder überschrieben. Damit ich jetzt überhaupt mal so ein Dokument auf der Platte habe, gehe ich auf meine Webseite hier. Schleichwerbung, Schleichwerbung. Und da gibt es denn unten verschiedene Sachen, die ich mal gemacht habe. Zum Beispiel Administration von Debian und Co. im Textmodus. Das ist ein Workshop, den ich immer mal wieder aktualisiere. Und da gibt es ein PDF. Und das möchte ich jetzt auch mal runterladen. Das packe ich unter TMP einfach. Dann mache ich den Browser wieder zu. Und jetzt nochmal. Doku. Doku. Mentenbetrachter. Und strg und o für Open. Das geht zum Glück. Also ich lande auch wieder unter Dokumente, obwohl ich das letzte Mal eigentlich bei Temp war. So. Dann öffne ich das einmal. Und hatte sich schon wieder geändert. Also von daher, ich komme von diesem, äh, von diesem Pfadbar-Dingsbums auch nicht weg. Also das, worauf ich hinaus wollte, ist, dass man sich da nicht wirklich drauf verlassen kann. Also das wird überschrieben werden und dass man da irgendwie nicht viel gegen tun kann. So, das war jetzt mein erster Versuch, um das so ein bisschen anzupassen. Hm, damit war ich eigentlich nicht zufrieden. Also, nächster Versuch. Es gibt eine Möglichkeit, diese D-Conf-Werte auch systemweit festzulegen. Und, ähm, es gibt die in zwei Geschmacksrichtungen. Es gibt quasi sowas wie Empfehlung. Also so eine Grundeinstellung, die aber jeder, äh, Benutzer, beziehungsweise jedes Programm überschreiben kann. Mit eigenen Werten und die eigenen Werte, die landen dann in dem, äh, hier. Da drunter, genau. So, und, ähm, man kann aber auch sagen, dass es verbindliche Werte gibt, indem man die mit Loks, also mit, ähm, Vorhängeschlössern belegt. So, also haben wir eben einmal oben angefangen. Die Variante hier, also etcdconfprofileuser. Das ist eine Datei, in der festgelegt wird, wo die Datenbanken, ähm, für diese Schlüssel- und Wertpaare abgelegt werden sollen. Das erste sagt UserDB Doppelpunkt. Das ist für die Benutzer änderbaren Einstellungen da. Und das gibt letztendlich das, äh, Dings hier am Ende an. Also das hier ist fest. Also im Homeverzeihung ist Punkt, Config und Dconf. Und das da kann man frei wählen, indem man diesen Wert hier ändert. Macht man üblicherweise aber nicht. Dann gibt es SystemDB, das ist die systemweite Datenbank. Die nennt man sehr häufig Local. Also in Beispielen, die ich so gesehen habe, heißt es immer Local. Und die Einstellungen, die systemweit sind und nur lesbar und eher so einen empfehlenden Charakter haben, die landen denn hier drin. Und je nachdem, wie es am Ende heißt, heißt es denn Local oder, keine Ahnung, Käsekuchen. Dann haben wir hier die eigentlichen Datenbanken beziehungsweise ein, hier ist es noch nicht die Datenbank, sondern ein für Menschen lesbares Zwischenformat. Da legt man denn hier unter etc.dconf.db und dann kommt, wie das Dings heißt, Punkt D. Da macht man noch so ein Verzeichnis und da drin können einzelne Konfigurationsdateien mit diesen Schlüsselwertpaaren drinstehen. Man kann das wohl auch so machen, dass es eine große Datei gibt, die so heißt, eine Textdatei. Der Inhalt, der hier jetzt reinkommt, der mich interessiert, ist wiederum hier org.gtk.settings.filechooser, damit wir in dem richtigen Verzeichnis drin sind. Interessant dabei ist, dass es da keinen Schrägstrich am Anfang gibt und kein am Ende, also dafür hier diese Klammern. Dann haben wir hier wiederum Location Mode, den hätte ich gerne auf File Name Entry. Show Hidden hätte ich gerne immer an, also versteckte Dateien möchte ich immer sehen. Und hier den Startup Mode möchte ich auf CWD, also mit meinem Arbeitsverzeichnis möchte ich dort starten. Und diesen ganzen Parametersatz, den schmeißen wir in diese Datei rein, mit einer Nummer am Anfang. Wahrscheinlich ist es so, wenn man mehrere davon hat, dann werden die der Reihe nach ausgeführt und wahrscheinlich das, was die höchste Nummer hat, überschreibt es. Ja, also im Zweifelsfall, wenn ihr mehr von diesen Regeldateien da drin habt, müsst ihr dann vielleicht 99 sagen, damit das auch wirklich gilt und nicht durch andere überschrieben wird. Das hier ist im Moment aber eher so eine Empfehlung. Im Gegensatz dazu, wenn wir jetzt noch diese Logs verwenden, dann müssen wir erstmal ein zusätzliches Verzeichnis auch nochmal Logs anlegen. In dem Verzeichnis hier und die heißt bei mir jetzt genauso wie die andere hier, ihr könnt da höchstwahrscheinlich auch was anderes nehmen, aber damit man weiß, was zusammengehört, würde ich das immer gleich lassen. Also wir haben hier da unter Logs eine weitere Datei, um die Einstellung, die wir hier vorgenommen haben, vor Veränderungen zu schützen. Und da kommt wieder der gesamte Pfad rein und der Name von dieser Variablen. Und das für alle drei, die ich hier angegeben habe. Damit sind diese Vorgabewerte keine richtigen Vorgabewerte mehr, sondern verbindliche Werte, die auch nicht mehr über Programme vom Benutzer überschrieben werden können. Also die sind wirklich festgenagelt. Wir haben im Moment ja noch Textdateien. Das können wir ja noch lesen. Damit kann Dconv allerdings noch nichts anfangen. Wir müssen das also noch in das G-Variant-Datenbank-Format umwandeln. Und das machen wir bei Dconv Update. Je nachdem, welche Sachen wir dort festgelegt haben, kann das sofort gelten oder auch nicht. Von daher einmal abmelden vom Desktop und wieder anmelden. Dann sind wir relativ sicher, dass diese Werte wohl auch stimmen. Und mal gucken, ob das hier jetzt auch so ist. Ich habe es woanders ausprobiert und da war es so, dass dieses File-Name-Entry zu überhaupt keiner Änderung führt. Also das funktioniert einfach nicht. Mal gucken, ob es hier auch so ist oder ob es jetzt anders ist. Und noch eine kleine Live-Änderung an den Folien. Die sind auch unten verlinkt. Also guckt da immer nach. Also es kann sich noch was ändern. Dann im Gegensatz zu dem, was hier im Video drin ist. Jetzt habe ich die Änderung sofort hier gemacht. Also bei dem System hier fehlt ja auch noch dieses Verzeichnis hier. Also musste ich hier nochmal so ein MK-Diro hinzufügen, damit das angelegt wird, damit ich hier diese Datei schreiben kann. So, jetzt habe ich das aber gemacht. Also ich bin über den Umweg von einer Datei gegangen. Da habe ich den Inhalt reinkopiert und habe das so ausgeführt. Weil, ja genau, wenn ich es nochmal ausführe, dann kommen entsprechend Fehlermeldungen. So, jetzt einmal zumachen und hier abmelden, abmelden. Und wieder anmelden. Und mal gucken, wie das jetzt aussieht mit optischen Veränderungen. Also Doku-Menten-Betrachter-Datei öffnen. Ne, also das hat sich nicht geändert. Das ist immer noch diese Path-Bar. Wenn ich mir das jetzt nochmal angucke im D-Conf-Editor. Und das hat sich jetzt sogar das hier gemerkt. Da steht jetzt File-Name-Entry. Aber das hat überhaupt keine optische Auswirkung. Von daher ist auch so mein zweiter Versuch, der ist auch gescheitert. Dann habe ich weiter geguckt. Es gibt noch weitere Möglichkeiten. Es gibt die Möglichkeit, den Dialog auszutauschen. Die Möglichkeit davon heißt XTG Desktop Portal. Eigentlich ist es dafür gedacht, dass so Programme, die in so einer Sandbox laufen, so wie Flatpack-Programme, dass die auch auf native Desktop-Funktionen zugreifen können. Und das Ganze geschieht dann über D-Bus. Und ein Teil davon ist auch der Dateiauswahl-Dialog. Wenn man jetzt auf die Idee kommt, diese Möglichkeit quasi zu missbrauchen, kann man das machen, wenn ich jetzt den KDE XDG Desktop Portal haben möchte, dann installiere ich mir hier das Paket nach, wo verschiedene Sachen drin sind, unter anderem auch dieser Dateiauswahl-Dialog für KDE. Je nachdem, ob ihr schon KDE-Bestandteile installiert habt, kann das eine etwas umfangreichere Installationsaktion sein, wo ein paar Megabyte auf der Platte zusätzlich belegt werden. Dann muss man auch noch sagen, in einer Konfigurationsdatei, die folgendermaßen heißt, dass man das für verschiedene Desktop-Umgebungen benutzen möchte. Da gibt es diese UseIn-Variable. Und dann kommt danach so eine Liste mit verschiedenen Einträgen, wo die einzelnen Desktop-Namen mit einem Semikolon getrennt sind. Also ich habe das hier mit KDE, mit TDE, Trinity, XFCE, Marte, Gnome mal gemacht. Und über dieses Z-Kommando wird die Datei editiert. Und die Zeile mit UseIn gleich irgendwas anfängt, also anfängt hier das Dach, wird ersetzt durch UseIn und dieses ganze Zeugs. Danach müssen wir auch noch sagen, dass das wirklich genutzt werden soll. Da müssen wir eine Umgebungsvariable in der Shell setzen. Und die muss auch so gesetzt werden, dass sie bei jedem neuen Anmelden an den Desktop auch wieder gesetzt ist. Das machen wir über etc.profile.de und darunter eine frei zu wählende Datei, also einen frei zu wählenden Dateinamen. Und da kommt exakt das hier rein. Ich habe hier den Brave genommen. Und wenn ich da strg und o drücke, dann kriege ich jetzt den KDE-Dialog mit den ganzen Vor- und Nachteilen, die es dabei so gibt. Also immer so eine Zeile, wo ich was eingeben kann. Dann habe ich hier auf der linken Seite Orte, wo ich hinspringen kann und so weiter und so fort. Dann habe ich hier was, sodass ich mich da durch navigieren kann. Ich kann das aufklappen. Und ich kann die Ansicht hier verschieden einstellen. Ich kann eine Vorschau machen. Ich kann die Sortierung machen. Also ich habe deutlich mehr Möglichkeiten dabei. Also das ist für mich deutlich angenehmer, mit so einem Dialog zu arbeiten, als mit so etwas rudimentärem, wie es bei Gnome immer ist. Aber das ist Geschmackssache. So, wenn ich jetzt mir nochmal den Dokumentenbetrachter angucke, Dokumentenbetrachter und strgo drücke, dann habe ich weiterhin den hier. Das ist einfach bei einigen Programmen quasi hart reingecodet, dass dieser Dialog immer geöffnet werden soll. Also es gibt da nicht diese Weiche, dass geguckt wird nach dem XDG-Portal, ob was anderes genommen werden soll. Das ist da nicht drin. Von daher, das klappt leider auch nicht bei jedem Programm. Aber bei Brave zum Beispiel, da funktioniert es. Wenn ich jetzt nochmal einen Firefox nehme, da hat er normalerweise auch diese GTK-Dialoge, unter Marti jedenfalls. Und, na gut, IOPaint kommen wir jetzt nicht zu. Aber der macht das genauso. Aber Events, beziehungsweise dieses X-Dings-Booms-Programm zum Anzeigen von Dokumenten tut das nicht. Nicht. Das war es denn auch für dieses Mal so ein bisschen, ja, so eine bisschen unbefriedigende Folge eigentlich. Also auch für mich. Denn das, was ich eigentlich damit erreichen wollte, dass ich so einen Datei-Dialog habe, mit dem ich wirklich sinnvoll und produktiv arbeiten kann, kriege ich nicht, beziehungsweise nicht überall bei jedem Programm. Macht es gerne nach, lasst es bleiben. Ich habe euch mal Möglichkeiten gezeigt, wie man das vielleicht so ein bisschen einstellen kann oder auch nicht. Aber es ist wirklich nicht befriedigend. Ja, also tut mir für alle Beteiligten, auch für mich selbst, so ein bisschen leid, dass es so ist. Ansonsten gerne abonnieren, Glocke drücken und bis zum nächsten Mal. Und ich hoffe, dann haben wir wieder was Produktiveres und etwas Belohnenderes. Ja, bis dann und tschüss. Glocke drücken und bis zum nächsten Mal.